FSK 93 mit der Explosion des globalen Antisemitismus. Wir hatten das letzte Mal angefangen, Lassane zu behandeln, der sich in den späten Jahren völlig vom Judentum entfremdet hatte, wie das in einem Brief an seine Freundin Sophie deutlich wurde. Diesen Brief werde ich noch einmal anführen zur Erinnerung. Dort wollte er ja heiraten und hatte Angst, weil er ja Jude war. Er schrieb, werden Sie aber auch den zweiten Schlag ertragen, den ich Ihnen zu versetzen habe? Sophie, ich bin ein Jude. Mein Vater und meine Mutter sind Juden. Und wenn ich auch innerlich ebenso wenig ein Jude bin wie Sie, und noch weniger, wenn das möglich ist, so habe ich doch dieser Religion noch nicht abgeschworen, denn ich wollte auch keine andere annehmen. Ich kann wohl bezeugen, dass ich kein Jude mehr bin, nicht aber ohne zu lügen sagen, dass ich ein Christ geworden wäre. Bei uns macht es nichts mehr aus, ein Jude zu sein, denn bei uns in Deutschland, Frankreich, England ist das bloß eine Religion und keine Nationalität. Man ist bei uns Jude, wie man Protestant oder Katholik ist, und daher besonders, wenn man im Ruf von Geist und Talent steht, wie ich, allen gleich. Es gibt nichts, das ich nicht imstande wäre zu tun, wenn ich mit der bestehenden Regierung verhandeln wollte. Aber das ist ganz anders bei Ihnen in Russland. Dort, Sie haben mir selbst gesagt, ist das eine Nationalität und keine Religion. Es ist wahr. Sie liebten meinen Freund Heine, obwohl auch er ein Jude war. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen poetischer Anbetung und einer Ehe in der wirklichen Welt. Ihre Landsleute, Sophie, werden Sie verachten, einen Juden geheiratet zu haben. Sie, Fürstenspröstling, einen Mann heiraten, der wahrlich, wenn Abstammung einen Anspruch auf Stolz gebe, stolzer sein könnte als ihr alle, da er einem älteren Geschlecht entstammt als alle eure Prinzen und Adligen einiger weniger Jahrhunderte, dem Stamm des ersten großen zivilisatorischen Volkes, das in der Geschichte auftrat, den alten Königen Syriens. Ich könnte Ihnen zwar das Opfer bringen und Christ werden, obgleich dies nach unseren Gesetzen nicht nötig ist, und als Christen und Juden frei steht, einander zu ehelichen. Wenn dies eine unerlässliche Bedingung wäre, ich täte es vielleicht. Aber es würde mir schwerfallen, Sophie, und ich will Ihnen sagen, warum. Ich liebe die Juden gar nicht. Ich hasse sie sogar ganz allgemein. Ich sehe in ihnen nichts als die äußerst entarteten Söhne einer großen, längst vergangenen Zeit. Diese Menschen haben in den Jahrhunderten ihrer Versklavung die Eigenschaften von Sklaven angenommen. Und deshalb bin ich ihnen so unfreundlich gesinnt. Und ich habe auch keinerlei Berührung mit ihnen. Unter meinen Freunden und in der Gesellschaft, die mich hier umringt, gibt es fast keinen einzigen Juden. Es sind also keine persönlichen Rücksichten, die mir diesen Wechsel peinlich machen würden. Aber, Sophie, ich bin ein Politiker und ich befinde mich überdies in der Lage des Hauptes einer Partei. Und die Partei, die meine ist, muss an dem Grundsatz festhalten, nie einem Vorurteil nachzugeben. Denn das wäre eine Feigheit und sie darf auch nie eine Heuchelei begehen. Wie sollte ich also den christlichen Glauben zu dem Meinen machen, wenn ich, was jedermann weiß und ich auch nie verbergen werde, ebenso wenig christliche wie jüdische Religion in mir habe? Würde es nicht den Anschein erwecken, dass ich einem Vorurteile folge, es auf äußerliche Vorurteile abgesehen habe? Da jedoch hierin ein überflüssiger Rigorismus liegt und dazu noch ein ganz besonderer Rigorismus, und da meine Partei meiner Taufe nicht dem geringsten Widerstand entgegensetzen würde, da ich auch viele überzeugende Gründe dafür gegen mich selbst ins Feld führen könnte, die Taufe in solchen Fällen als reine Formalität betrachtet wird, und ich auch nicht die Notwendigkeit einsehe, irgendeines Vorurteils willen auf deine Liebe zu verzichten, werde ich vielleicht, wenn es unerlässlich ist, dieses Opfer bringen und die Taufe nehmen. Das heißt, ich werde es tun, wenn ihr Vater oder ihre Mutter unbedingt drauf bestehen, ich werde es aber auf keinen Fall tun, wenn sie selbst es verlangen sollten. Denn meine Frau darf keine Vorurteile haben. Der Brief war im Original in der Sprache verfasst, die Lassalle nicht gut beherrschte, französisch, und in einer Ausnahmesituation der Liebesqual und dazu noch eilig verfasst. Man könnte auch annehmen, dass er nicht ganz aufrichtig geschrieben hat, aber die besten Lassalle-Kenner wie Onken oder Bernstein halten das darin Mitgeteilte für authentisch. Ersterer machte den Vorschlag, den Brief allen Werken voranzuschicken. Der Brief ist ein Schlüssel für die Stellung seiner Gedanken zum Judentum. Er betrachtet sich nicht mehr als Jude, weil im Wesen, im Osten wäre das anders, Jude zu sein nur eine Religionszugehörigkeit bedeutet. Er leugnet sogar, dass in Deutschland Juden schlechter behandelt würden als Nichtjuden und er gibt zu, dass er die Juden hasse und so ist sein Antisemitismus schwerlich abzuweisen. In seinen Schriften äußerte er sich nie systematisch zur Judenfrage, also der Judenemanzipation. Die späteren Äußerungen haben mehr fragmentarischen Charakter. Er behauptet darin, dass ähnlich den Indern und Chinesen die Juden sich niemals die Subjektivität des Geistes, das heißt den Freiheitsbegriff, wie Hegel ihn fasste, zu eigen gemacht hat, obwohl sie bereits den Übergang zum abendländischen Geist darstellten. So das System der erworbenen Rechte 1861. Ludwig XIV., so Lassalle, hätten sich vor dem Juden Samuel Berner erniedrigt, um eine Anleihe zu bekommen. Julian Schmitt, ein Literaturhistoriker, war vor, Hegels Gedanken über das Judentum für Hegels Charakteristik des Christentums auszugeben und formuliert so eine Art antisemitisches Ticket. Oh, sie Jude, Jude! Sollten sie vielleicht von Bankiers bestochen sein, um durch den weitgreifenden Einfluss ihrer Literaturgeschichte unser Publikum unmerklich zu judaisieren? Das hat übrigens das Vorwurf des Judaisierens hat eine ganz alte Tradition, das gab es schon im alten Ägypten. Eine Bemerkung über orthodoxe Juden, die suchten, das mosaische Zinsverbot zu umgehen, indem sie anstelle von Zins einen Anteil von Gewinnen sich ausbedingten, findet sich ebenso wie eine Bemerkung im vertraulichen Gespräch. Dort heißt es, es gibt zwei Klassen von Menschen, die ich nicht leiden kann, die Literaten und die Juden. Und leider gehöre ich zu beiden. Das wird von Bernhard Becker überliefert. Und warum trat er nicht zum Christentum über? Seine Antwort, weil er sich so wenig als Christ wie als Jude fühle, wäre das scheinheilig gewesen. In dem Brief an Sophie hatte er das ja angeboten, wenn die Eltern es verlangten. Bei seiner letzten Liebesaffäre fragte er selbst, ob die Frau, Helene von Dönningens, einen Religionswechsel wünsche, war aber froh, dass diese das verneinte. Es wäre ihm unangenehm gewesen und er würde sich herabgesetzt fühlen. Möglicherweise hätte er sich taufen lassen, wenn sein Verben um Helene von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Er hatte es, um die Heirat zu beschleunigen, angeboten, aber sie erwies sich dann in Augen der Salz als verworfene Dirne, weil sie ihn abwies und Janko von Rakowitsa ehelichte. Diesen forderte er dann zum Todell heraus und hatte das Pech, tödlich verwundet zu werden. Die Grabrede des Rabbines, Dr. Juhl, sprach aus, dass er mit dem Schma Israel, also höhere Israel, im Herzen gestorben sei, was aber eine Verlegenheitswendung war, da Lassai jede Bindung an jüdisches Volk und Religion verloren hatte. Die Juden Osteuropas betrachtete er aber bis zuletzt als nationale Gruppe. Ein Jude zu sein bedeutete eine Nationalität und nicht eine Religion. Dies systematisch zum Thema zu machen, hatte er kein Interesse. Das war Thema seines Mitarbeiters, Moses Hess, den wir nun behandeln werden. Hess, also Moses Hess, den Arnold Ruge, Kommunisten Rabbi Moses nannte, gilt als der erste Kommunist in Deutschland. Als er sich Kommunist nannte, lehnten Marx und Engels, die Autoren des Kommunistischen Manifests, noch die Bezeichnung Kommunismus für sich ab. Was Lassai verweigerte, findet man bei ihm. Er war auch ein Vorläufer des modernen Zionismus, sah zwischen Zionismus und Sozialismus nicht nur keinen Gegensatz, sondern suchte sie zu vereinigen. Sechs Jahre vor Marx wurde er am 21. Januar 1812 in Bonn in der Judengasse geboren. Sein Geburtshaus befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Synagoge. Die Geburtsurkunde zeugt von den Umständen der Zeit. Bonn gehörte zum linksrheinischen Dependement de Rhin-et-Moselle. Die französische Verwaltung war seit 1792 von Zivilbeamten geführt und enthält keinen Hinweis auf die Religionszugehörigkeit der Familie. Der Bernhard Kaufmann David Hess, später Zuckerfabrikant, war der Vater. Die Mutter, Jeannette Flerschmann oder eingedeutscht Helene Flüstheim. Moses Hess war der Erstgeborene von fünf Kindern. 1816 zog die Familie nach Köln, wo der Vater ein Kolonialwarengeschäft aufbaute. 1798 hatte sich erstmals seit dem 15. Jahrhundert wieder ein Jude in Köln angesiedelt, sodass es kein jüdisches Umfeld gab, weswegen Moses Hess in Bonn blieb, unter Obhut seines Großvaters, einem sehr, sehr frommen Juden. Die jüdische Gemeinde in Bonn stellte vier Prozent der Bevölkerung Bonns. Die Umgangssprache war jiddisch, sodass Moses Hess später privat Deutsch nahm. Der Großvater gehörte dem Vorstand der Bonner jüdischen Gemeinde an. In seiner späteren Schrift, Rom und Jerusalem, hatte Moses Hess nur freundliche Worte für seinen Großvater übrig, dass er bis nach Mitternacht in Talmud mit seinen Kommentaren las. Er las mit seinen Enkeln, die bis Mitternacht aufbleiben mussten oder durften, die Erzählungen von der Vertreibung der Juden aus Jerusalem, so gerührt, dass sein Bad von Tränen benetzt war und die Kinder damit ansteckte. In einem frühen Tagebucheintrag liest sich das weniger positiv. Welche Bildung habe ich genossen? In der Judengasse geboren und erzogen, bis in mein 15. Jahr über den Talmud schwarz und blau geschlagen. Unmenschen für Lehrer, schlechte Kameraden für Gesellschafter, zu geheimen Sünden verführt, mit geschwächten Körper und rohem Geiste, so trat ich mein Jünglingsalter an. Nach der Geburt seiner jüngsten Schwester im Jahre 1825 verstarb die Mutter und auf eigenen Wunsch zog Moses Hess zum Vater nach Köln. Die religiöse Erziehung in Bonn stillte aber seinen Wissensdurst nicht und in Tagebucheinträgen beschwerte er sich über seine mangelnde schulische Vorbildung und sein Widerstreben gegen die allein religiös ausgerichtete Erziehung. Er nahm privaten Sprachunterricht und nahm Interesse am Geschäft des Vaters, welcher aber dies nicht förderte, sondern ihn zur Lektüre rein religiöser Schriften drängte. 16 Jahre alt wurde das Verhältnis zum Vater konfliktrechtlich und er entfremdte sich zunehmend. Hess suchte Tagebuchnotizen zufolge nach handfesten Erfahrungen und dem Umgang mit Menschen, vor allem mit der jüdischen Jugend Kölns, die aber vor allem die Wirtshäuser aufsuchte. Er beschäftigte sich weniger mit Büchern und am wenigsten mit Philosophie. Aber das Leben in Wirtshäusern reizte ihn auch nicht lange, sodass er sich wieder auf die Bücher stürzte, erst Romane und volkstümliche Literatur, um dann doch Zugang zur Philosophie zu finden. 1829 schrieb er an seinen Cousin Leopold Zons und schickte diesem ein fiktives Gespräch zwischen einem Sophisten und einem Philosophen, das um philosophische Fragen sich drehte. Mit seinem Cousin, mit dem er seit früher Kindheit befreundet war, entdeckte der Pubertierende das Reich der weltlichen Literatur. Mit 18 Jahren zitierte er im Briefwechsel solche Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau, den aufklärerischen Philosophen Paul-Henri de Olbach und Moses Mendelssohn und äußerte sich auch schon zu politischen Themen. Er schrieb nachdem, ich weiß nicht mehr wie viel gelesen und erfahren habe, gab es eine ungeheure Revolution in meinem Innern. Sie mochte wohl zusammengenommen zwei Jahre gewütet haben. Ich litt in dieser Zeit und auf vielfältige Weise konnte ich ihr Opfer werden. Der Kampf war hartnäckig, immer neue Gefahren, immer neue Ressourcen. Endlich siegte die Freiheit, die natürliche und die wahre. Weder besuchte er ein Gymnasium noch die Universität bis dahin. Die Distanz zur Familie und dessen traditionellen Lebensvorstellungen wurden immer unüberwindbarer. Er war zerrissen zwischen den Ansprüchen der Familie und seinen eigenen Neigungen. Mit 21 Jahren war der Konflikt so stark, dass er 1833 eine kurze Zeit nach Holland und Frankreich floh. Es ist möglich, dass er mit den Ideen der Juli-Revolution 1830 in Berührung kam, zumal sich in Frankreich eine deutsche Exilgemeinde gebildet hatte. Aber auf Vermittlung von Verwandten wurde der Konflikt mit dem Vater geschlichtet und er arbeitete dann, wie das in Köln zurückkehrt, im väterlichen Geschäft, obwohl die materielle Abhängigkeit vom Vater ihm zunehmend eine Last wurde. Eigene Geschäfte scheiterten am Kapital, ebenso wie durch eine Heirat, sich dem Vater zu entziehen. Nun zeigte sich vehement der Gegensatz. Der Vater dachte in streng orthodoxen Begriffen, er philosophierte und der Vater hatte kein Verständnis für das Streben des Sohns nach Kunst und Bildung. Eine Daguerre-Tippie, eine Abbildung Mitte der 40er Jahre, kann als Sinnbild solcher Verhältnisse gesehen werden. Der Vater blickt streng herein, was durch einen Kastorhut unterstrichen wird. Die Schwester wendte sich von ihm ab und Moses Hess zeigte mit verschränkten Armen Distanz. Schon im Januar 1836 hatte er sich an den Literaturkritiker und Historiker Wolfgang Menzel gewandt und ihm gegenüber geklagt, dass ihm die Mittel fehlen, um sich seinen wahren Interessen zu widmen. Er bat darum, ihm Zugang zu weiteren Lektüren zu ermöglichen. Er legte 23 Seiten Kritikmanuskripte bei, die sich mit den Werken von Heine, Böhme und Spinoza beschäftigten. Der Brief suchte nach Hilfe. Er schrieb, ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich seit einiger Zeit eine Idee im wahren Sinne des Wortes verfolgt. Ich finde keine Ruhe vor ihr. Sie droht mich zu erdrücken. Wenn ich sie nicht ausspreche, und doch weiß ich noch nicht was, ich eigentlich mit ihr anfange, wo ich sie lassen soll. Dass es eine Freiheitsidee ist, werden Sie leicht raten können. Aber welche? Schwerlich. Sie edler Herr scheinen mir, soweit ich sie kennenlernte, der einzige Mann zu sein, bei dem ich mir Rat darüber holen kann. Das Schreiben blieb unbeantwortet. Aber Hess gab nicht auf und begann 1836 inoffiziell, Vorlesungen zu hören. Nach zwei Semestern nahm er formal legitimiert das Studium auf. 1837 schrieb er sich für Philosophie ein. Es war die Universität Bonn, die als sehr liberal galt. Heinrich Heine und Karl Marx hatten zuvor auch da studiert. Bis zum Wintersemester 1838-39 besuchte Hess diese Hochschule, ohne einen Abschluss zu erlangen. Er wurde zwar irrtümlich mit Dr. Hess angesprochen und kokettierte damit, aber formal hatte er keine Ausbildung, was ihm aber intellektuell keinen Abbruch tat. Die Entwicklung aus dem traditionellen Umfeld der Familie war an diesem Zeit kein Sonderfall. Eher ideatypisch für die junge Generation des deutschen Judentums, wobei Hess, anders als Marx, nicht so einen progressiven Juden, der dann sogar konvertierte, als Vater hatte. Dem Diktum Heinrich Heines nach wurde aber der Taufschein als Eintrittsbildett zur europäischen Kultur abverlangt. Während seines Studiums nach 1837 veröffentlichte Hess sein erstes Buch. Also während sein, also noch 1837, also veröffentlichte Hess sein erstes Buch. Es hat den Titel Die heilige Geschichte der Menschheit von einem jünger Spinoza, also anonym verfasst, wo er die bestehende Gesellschaft kritisierte. Abschaffung des Erbrechts und ohne volle Gleichheit zu fordern, sagte er eine auf Gemeineigentum beruhende Gesellschaft voraus. 1841 folgte ein zweites Buch, die europäische Triarchie, wo er sich mit dem Problem der Freiheit beschäftigte und untersucht, was in Deutschland, Frankreich und England für die geistige, moralische und politische Freiheit getan wurde und was noch nötig wäre. Aus Rücksicht wegen der Zensur konnte er aber nicht alles schreiben, was er dachte. Es folgen dann ja Aufsätze in radikalen Zeitungen und Zeitschriften und mit der Beteiligung an einer kommunistischen Bewegung in Deutschland und im belgischen und französischen Exil ging es weiter. Von der Polizei verfolgt, verließ hier auch Hess 1849 Paris, um 1853 über die Schweiz und Belgien zurückzukehren. Intellektuell befasste er sich mit Naturwissenschaften und Anthropologie. Von 1861 bis 1863 an lebte er wieder in Deutschland, wo er sein Rom und Jerusalem veröffentlichte. Dazu werden wir das nächste Mal kommen. Obwohl sein Verhältnis zum Judentum nicht so getrübt war wie das Lassals, arbeitet er mit ihm um 1862 herum zusammen. Also da, wo gerade diese negativen Äußerungen Lassals über das Judentum waren. Er hatte die Funktion des Bevollmächtigten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Aber 1863 wechselte Hess wieder nach Frankreich, das heißt nach Paris, wo er intensiv an jüdischen und sozialistischen Zeitschriften arbeitete und Vereinigungen wie die Allianz Israel-Universal und einer Freimaurerloge beitrat. 1867 trat er der Internationalen Arbeiterassoziation bei. Wegen des Deutsch-Französischen Krieges wurde er aus Frankreich ausgewiesen und flüchtete nach Brüssel. Ende 1871 kehrte er nach Frankreich zurück, wo er an seiner dynamischen Stofflehre arbeitete, die erst nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Also das ist eine naturwissenschaftliche Schrift. Er starb dann an einer Blutkrankheit am 6. April 1875 und wurde im Familiengrab zu Deutz am Rhein beigesetzt. Das geschah auch auf seinen eigenen Wunsch. Soweit zu den biografischen Daten, die schon einiges von seinem Charakter verständlich machen. Er vertrat, was heute wohl noch verbreiteter ist als damals, einen philosophischen Sozialismus, bei dem der Kommunismus eine ethische Frage nicht vor allem eine Klassenfrage oder ökonomische Frage war. Die schon erwähnte Spinoza-Arbeit, die heilige Geschichte der Menschheit, die er mit 25 schrieb und die 1837, also anonym, von einem jüngeren Spinozas, erschien, wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als in England das Arbeiterprogramm der Schattisten erschien. Hess formulierte das im Sinne eines ethischen Sozialismus. In Deutschland, wo seit 1843 keine progressive, wie man das damals noch sagen konnte, politische Betätigung möglich war, erschien also 1837 das erste sozialistische Werk in Deutschland. Das mag wegen des oberflächlichen Inhalts irritieren, wo das Werk allen gottfürchtigen Regierungen gewidmet ist. Aber für Spinoza war ja Gott zugleich in der Welt und die Freiheit war in Hess' Arbeit im Vordergrund, was nicht so deutlich erscheint, weil der ursprüngliche Titel Verkündung der Freiheit im Namen des Heiligen Geistes, das verschleiert. Bei allen Konflikten mit seinem orthodox-jüdischen Vater hat Hess nie die Brücken zur Religion abgebrochen und das Buch war ein Versuch, der jüdischen Religion eine sozialistische Wendung zu geben, was noch im späteren zionistischen Werk fortgesetzt wird. Es ist eine Verknüpfung der Heilsgeschichte der Menschheit mit der jüdischen Geschichte. Was bislang nur dem Christentum oder der Antike zugesprochen wurde, wurde nun auch dem Judentum zugesprochen und war in diesem Sinne schon eine Revolution. Manche Biografen sprechen von einer messianischen Stimmung, beim jungen Hess, die vom Gedanken einer verweltlichten Messias-Zeit bei Spinoza motiviert ist. Die Auseinandersetzung mit einem messianischen Element steht so am Anfang der revolutionären Bewegung in Deutschland. Etwas, was dann bei Walter Benjamin und Scholem erst wieder diskutiert werden wird. Hessens Konzeption von Erlösung schließt ein Entwicklungsmoment ein, während die Gotteskonzeption Spinozas dies ausschließt. Obwohl Hess damals noch keine Hegel-Kenntnisse hatte, sieht er die Entwicklung als einen dynamischen Prozess, der von Notwendigkeit getrieben ist. Damit geht er auch schon über Hegel hinaus, bevor er ihn kannte, der im Prinzip, wenn auch nicht empirisch, die Entwicklung für abgeschlossen hielt. Weltgeschichte wird an Erwartung an die Zukunft der Heilsgeschichte verknüpft, in Erwartung ein weiterer menschliche Emanzipation. So bei Hess. Bei Hegel ja eben gerade nicht. Schlomo Nachmann, den ich schon aus seiner Lassalle-Biografie zitierte, schrieb in seiner Hess-Biografie, der hat sich hier so irgendwie auf die Gebiete, die ich gerade behandelt, spezialisiert. Emanzipation und Messianismus, Leben und Werk von Moses Hess. Das erschien in Frankfurt und New York, also 1982. Also schrieb dort, dass sein früher Kommunismus primär eine vorgestellte neue Welt und Gesellschaftsordnung und die Leiden des Proletariats waren zunächst einmal ein Beweis für die Verkehrtheit der Welt und rein abstrakt fest. Der Fortschritt wird über die Gesellschaft und den Staat des Vormärts, die ungeordnet und unvollkommen ist, dadurch hinweggehen, dass die anstehende politische Veränderung einen höheren Willen vollzieht. In diesem Sinne sieht Hess, ähnlich Hegel, ohne ihn schon zu kennen, die Entpuppung der Menschheit zur Freiheit in mehreren Stationen. Also für Hegel war ja, was da in der Geschichtsphilosophie, die das geschichtliche Rechtsphilosophie auswirkt, also war das die Geschichte, dass der Fortschritt des Selbstbewusstseins der Freiheit, nicht, das war dann, erst ist einer frei, dann sind wenige frei und dann sind alle frei. Bei Hess, der eben aus einer jüdischen Tradition stammt und auch noch orthodox erzogen wurde, ist das etwas anders. Und da lauten die Stationen dann Adam, das Christentum, Spinozas Kritik und französische Revolution, wobei Letztere, nach seiner Ansicht, eine Ideenflut auslöste. Hess sah sich als Kind der großen Revolution, die von Frankreich ausging und den Weltteil verjüngte. Dann, dass sie eine neue Zeit geboren hat, daran zweifeln nur wenige, aber wer anders als wir bilden diese neue Zeit, schrieb er. Dem Werk war übrigens ein langes Zitat, Klage eines Juden von Jol Jakobi vorangestellt, der den Wunsch nach Erlösung in Verse gefasst hatte, der sich aber als bei Taufen ließ und eine Karriere unter anderem als polizeilicher Literaturzensor machte. Da hat er sich da ja mal wieder einen schönen Freund ausgesucht. Das waren also die zwei Pole von Biografien von jungen intellektuellen Juden in der Zeit. Entweder extreme Affirmation oder Radikalopposition. Moses Hess mischte biblische Erzählungen mit weltlichen Motiven. Auch russuistisches findet sich dort, wie zum Beispiel seine Schilderung der Urgesellschaft. Dazu schreibt er, im Ganzen lebten die ersten Menschen einig, denn sie waren alle noch frei und gleich. Darum waren sie gut und glücklich und liebten einander. Die spinozistische Freiheitslehre, nach der die menschliche relative Freiheit durch Einsicht in die Notwendigkeit erweitert würde, wendet Hess auf die Geschichte an. Er schreibt, da einmal alles Lebendige im Steten Fortschritte begriffen ist, so nützt es der Menschheit gewiss mehr, diesen Fortschritt zum Bewusstsein zu erheben, als ihm blind unterworfen zu sein. Je mehr sich die Menschen ihres Strebens bewusst werden, desto humaner werden ihre Taten. Sie handeln weniger bestialisch blind, je mehr sie an Erkenntnis Gottes annehmen. Man sieht, dass er trotz starker, idealistischer und religiöser Züge auf das Diesseits orientiert ist, wobei die jüdische Auffassung von Erlösung dem ja selbst schon entgegengekommen und im Tikon Olam, also das heißt so wie Verbessere die Welt oder Reparriere die Welt, auch traditionell schon ausgesprochen wurde. Den Gedanken an soziale Gleichheit hatte er vorher schon bezogen und auf die Kritik der Gelderistokratie und das Erbricht, aber mehr utopisch als aktueller Konflikt, da die Folgen der Restaurationen 1815 noch zu spüren waren. Er war zwar noch kein Kritiker der politischen Ökonomie wie Marx, aber sich durchaus der Funktion der Wirtschaft für die Entwicklung der Gesellschaft bewusst, insbesondere des liberalen Kapitalismus. Wir werden auch noch sehen, dass er einen Freund hatte, der also wesentlich mehr als er selber ein Liberaler war. Die Freundschaft hat auch lange gehalten. Das Erbrecht, das die Ungleichheit über Generationen hinweg perpetuiert, war für ihn ein wesentlicher Faktor. Das ist natürlich stimmig, dass wenn der Reichtum der Eltern auf die Kinder übergeht, dass soziale Gefälle über Generationen hinweg durchaus perpetuiert werden. Das hat er da durchaus richtig gesehen. Und diese Forderung wäre dann ja auch eine, also dass er mit dem Tode das Eigentum verfällt, oder eher nicht, das wäre so der Gedanke. Das würde jetzt den Reichtum nicht von Generation zu Generation überliefern. Das ist ein zwar bürgerlicher Gedanke, aber durchaus einer sozialen Gleichheit förderlich. würde aber allerdings dann das, was das Bürgertum ja dann auch immer vertritt, also die Familie als Kernzelle der Gesellschaft dann widerstreiten. An dieser Problematik näherte er sich aber mehr philosophisch und sah in den Missständen einen Ausdruck von Entfremdung, also den materiellen Folgen, der in der Geschichte verlorenen Erkenntnis Gottes in der Freiheit. Das hat eine gewisse Parallele in anderen jungkirchianischen Theorien. Also Ludwig Feuerbach zum Beispiel hatte ja auch so eine Entfremdungstheorie, die eine religiöse Entfremdung als notwendig ansieht. Und daraus entspringt dann die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands in modifizierter Art und Weise, also Aufhebung der Entfremdung. Nachdem diese Entfremdung aber für den Fortschritt notwendig war. Moses Hess hoffte daher, anders als Marx, noch auf die Möglichkeit eines harmonischen Ausgleichs von Besitzenden und Besitzlosen aus Einsicht in die Notwendigkeit, die in einer Gütergemeinschaft mündet. Die Formulierung Einsicht in die Notwendigkeit ist ja auch bekannt aus Hegels Logik oder beispielsweise Friedrich Engels hat diese Formulierung auch immer gern genommen, aber es ist eine Formulierung, die von Spinoza ursprünglich stammte, also der einen besonderen relativen Freiheitsbegriff hat. Und wegen dieser Gedanken der Substanz oder Gottes als Causa Sui, also Ursache seiner selbst, ist das also eine innere Notwendigkeit, die als Freiheit gesehen wird. Das bedeutet also nicht einfach nur den Zwang zu übernehmen oder so etwas, das ist damit nicht gemeint. Es gibt ja eine Reihe von Marxisten, die sich noch im 20. und 21. Jahrhundert auf Spinoza beziehen, ethisch, staatstheoretisch und so weiter. Diese Gedanken, also eines harmonischen Ausgleichs, führt aber zu einer Gütergemeinschaft. Dass das dann so harmonisch nicht zugehen würde, das ist ja das, was Marx und Engels dann immer wieder zeigten. Das ist allerdings noch die Einstellung des späteren Kommunisten, aber schon eine Vorwegnahme dessen, was sich etwa Marx und Engels dann dachten. Der Übergang vom Liberalismus zum Kommunismus wird hier also vorbereitet. Aber Hess war nicht nur in dieser Hinsicht radikal, nämlich in der Kritik und Angriff auf die bürgerliche Familie und die Ehe. In der heiligen Geschichte der Menschheit finden wir jetzt auch Folgendes, was man so an seine Antizipation des Feminismus möglicherweise denken kann. Er schreibt, also es ist eine utopische Vorstellung, wie er sich das vorstellt. Das Weib wird ebenso gut wie der Mann einer humanen Bindung sich erfreuen. Und er, Mann und das Weib werden sich vereinigen durch das Band der freien Liebe. Und dann lassen wir es aus. Der Ehezwang, wie er bis jetzt bestanden, wird im heiligen Reiche verschwinden. Der eheliche Bund wird keine Sklavenkette mehr sein. An die Stelle einer erzwungenen Ergebenheit wird eine freiwillige Hingebung treten. Die Liebenden werden sich einigen können, ohne von der Willkür hochmütiger oder geiziger Eltern und Vormünder am höchsten und edelsten Lebensgenosse verhindert zu werden. An diesen Formulierungen sehen wir auch einiges Biografisches, was wir schon geschildert haben. Also seine Theorien sind dann auch durchaus innerlich verarbeitet und durchaus etwas, womit er sich nicht bloß äußerlich identifiziert. Sie entspringt auch einem konkreten Leiden an der Gesellschaft. Aber diese Vorstellung jetzt des Verhältnisses von Mann und Weib in Sinne einer menschlichen, also humanen Bindung, die antizipiert als Forderung an die moralischen Richtlinien des Bürgertums in jener Zeit Freiheit und Selbstbestimmung der Liebe, wie wir sie heute noch als akzeptabel ansehen. Auch wenn so manches mittlerweile ja auch wieder in Autoritarismus umkippt, weil manche Leute da so ihre Weißreflexe haben. das bedeutet, dass die Emanzipation nicht auf die politische Sphäre beschränkt sein soll, sondern das ganze Dasein umfassen soll. Und das Ganze hat er alleine konzipiert mit der Bibel in der einen Hand, mit Spinoza in der anderen Hand, wie man das bildlich ausdrücken kann. Sein Erstlingswerk hatte noch eine Hoffnung auf die Juden und erlobt das alte jüdische Gemeinwesen, in dem Religion und Politik, Staat und Synagoge, manche schreiben dann auch Kirche und Synagoge ist ja nicht dasselbe, eng verschmolzen war. Das ändert sich allerdings mit seinem zweiten Werk, die europäische Triarchie von 1841, wo er diese Hoffnung fahren ließ und mehr Hoffnung ins Christentum legte. Das ist jetzt im Vergleich zu LaSalle durchaus eine merkwürdige Geschichte. Aber wir werden gleich sehen, wie er das auffasst. Was er jetzt nun fordert, ist, die Juden sollen sich assimilieren da Judentum und Christentum die frühsten Offenbarungen des göttlichen Lebens seien. Also man merkt schon ein wenig den spinosistischen Einfluss. Spinoza hat seine Schriften jetzt unabhängig von einer Konfession geschrieben. So konnte er auch in christlichen Kreisen aufgenommen werden, beziehungsweise konnte er dort auch scharf kritisiert werden. Und weiter Moses der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs sei nur ein nationaler Gott, der der Christen ein Menschheitsgott. Das ist eine Auffassung, die im 19. Jahrhundert, wo ja sehr viele sich assimilierten, des Öfteren vorkam. Das Christentum wurde als universeller als das Judentum angesehen. Was man allerdings auch bestreiten kann, wir finden ja Formulierungen bei Lessing, die eher auf einen vorbildhaft universellen Charakter des Judentums hinweisen. Aber Hess hatte also diese Auffassung aus der Zeit übernommen. Also beide, also der nationale Gott und der Menschheitsgott seien Grundprinzipien der Geschichtsbewegung. Also da hat er eine bestimmte Geschichtsphilosophie. Juden mussten da sein als Stachel im Leibe der westlichen Welt. Wie der Osten einer chinesischen Mauer bedurfte. um in seinem unbeweglichen Dasein nicht gestört zu werden. So sind die Juden das Ferment und das Treibmittel der westlichen Menschheit von Anfang an dazu berufen, ihr den Typus der Bewegung aufzudrücken. Also so wie Moses Hess. Aber das hätte sich geändert und die Ausstoßung Christi und dazu kommt sie den hätte nur eine entseelte Mumie hinterlassen. Also das Judentum wird jetzt hier schon als entseelte Mumie bezeichnet. Das verjüngende Prinzip des Judentums der Messias Glaube ist erloschen und ihre Hoffnung auf Erlösung, nachdem sie die wirkliche Missverstanden hatten. ist zu einer kahlen Abstraktion zusammengeschrumpft. So auch wie am S. Hess. Wenn es unter diesen Bedingungen keine Hoffnung für die Juden gäbe, würde auch die Emanzipation nur zu ihrem Untergang führen. Die vollständige Emanzipation bedeutet auch das Recht auf eine sogenannte Misch-Ehe, die den Juden aus der sozialen Isolierung bringt. Wir werden noch sehen, dass Moses Hess hier mit sich uneins ist und noch die Gefahren vorwegnimmt, die er in der Emanzipation steckt, die er dann in seinem späteren Werk bereits wahrgenommen hat. Jakob Katz hat die dialektische Entwicklung in dem Buch zur Assimilation und Emanzipation der Juden, in dem Aufsatz Juden und Judentum im 19. Jahrhundert registriert. Zitiere Jakob Katz Die Möglichkeit der dialektischen Entwicklung, die von bewusster Assimilation zum jüdischen Nationalismus führte, wurde von einer der führenden Gestalten des Sozialismus, Moses Hess, schon um diese Zeit verwirklicht. In seiner im Jahre 1862 erschienenen Schrift Rom und Jerusalem bekannte sich Hess überraschenderweise zum Ideal der Neubelebung der jüdischen Nation. Er schloss sich einem von traditionellen Kreisen gegründeten Verein zum Zwecke der Neubesiedlung Palästinas an. In den vorangegangenen Jahrzehnten waren solche Versuche kaum beachtet und wenn belächelt oder bitter bekämpft worden. Solange der Kampf um die Emanzipation wehrte, galt es jeden Ausdruck jüdisch- nationale Existenz zu verbannen. Mit dem Abschluss des Emanzipationskampfes im Westen schien die Zeit für die Synthese gekommen zu sein. Ab 1960 wirkten bereits Vereine, die sich der Kolonisierung Palästinas zum Ziel setzen. Im Jahre 1870 beschloss die Leitung der Alliance in Paris die Gründung einer landwirtschaftlichen Schule in Palästina. Diese Vorläufer der nationalen Bewegung hätten jedoch kaum nennenswerte Leistung vollbringen können, wenn nicht von den 80er Jahren an die sozialistische Reaktion des Antisemitismus eingesetzt hätte. Moses vollzog sozusagen in sich diese Dialektik. Das Scheitern der Emanzipation nimmt er ein Stück weit schon vorweg, als er an ihr gegen jüdische Nationalität noch festhielt. Was würde ihnen die Emanzipation helfen, wenn sie im Leben nach wie vor jener langsamen Tortur des Hasses und der Verachtung ausgesetzt blieben, welche eine notwendige Folge jener schroffen Stellung ist und so lange als diese dauern wird. Und dann folgert er, wie später Herzl, dass der Judenhass nur mit der jüdischen Gemeinschaft oder wörtlich der jüdischen Nationalität verschwinden würde. Als Alternative hat er das noch oder schon im Hinterkopf. Und wenn er sich fragt, was kann denn der gebildete Jude tun, um aus seiner Nationalität herauszukommen, etwas sich taufen zu lassen, so wäre das keine Lösung im Sinne der Emanzipation des Geistes. Die andere schon erwähnte Möglichkeit war die Misch-Ehe. Lustigerweise empfiehlt das neuerdings der Ex-Bundesbanker Sarrazin dem Islam, sich biologisch zu assimilieren. Das, was seine rechtsextremen Anhänger wohl für Rassenschande halten dürften. Hess meint, dass die Juden auf diese Weise mit Würde untergehen würden. Und nimmt als Beispiel Frankreich und die USA, in der der nationale Charakter und jeder andere separatistische Charakter sich zu verwischen beging. In Herwecks 21 Bogen aus der Schweiz 1843 nennt Hess das bestehende Zeitalter des Just Milieu das Zeitalter des Judentums und in den Rheinischen Jahrbüchern zur Gesellschaft und Reform 1845 ebenso. Er schreibt, die Juden, die in der Naturgeschichte der sozialen Tierwelt den welthistorischen Beruf hatten, das Raubtier aus der Menschheit zu entwickeln, haben jetzt endlich diese ihre Berufsarbeit vollbracht. Das Mysterium des Judentums und Christentums ist in der modernen jüdisch-christlichen Krämerwelt offenbar geworden. Moses Hess fühlt sich, wie viele Juden, die sich assimilieren, ganz als Deutscher. Das Judentum kam noch selten in Erinnerung. Aber die Damaskus-Affäre hatte 1840 bei vielen Juden und auch die Junkel-Guyane eine ungeheure Wirkung. Darüber habe ich ja schon mehrmals berichtet. Das war ein Export des europäischen Antisemitismus in den Urehen. Und seinem Freund Auerbach gelangt es, wie er selbst schrieb, sofern mir auch das Judentum steht, meine jüdische Ader wieder zu erregen. 1862 schrieb er allerdings einen Klassiker des Zionismus. Dieser sagt also im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden doch einiges über den Prozess des Scheiterns der jüdischen Emanzipation aus. Bei Hess speziell hängt das auch mit seiner Sozialisation in einem orthodoxen Haushalt zusammen, unter dem er, wie eingangs geschildert wurde, leiden musste. Auerbach war ihm immer ein guter Ratgeber gewesen, aus ihm wurde aber ein prominenter Liberaler. Aus Hess ein radikaler Linker, sodass deren Wege auseinander gingen. Durchaus bedingte die Freundschaft auch seine Radikalisierung, wie in einem Brief an Auerbach deutlich wird. Er schreibt da also, ich bin jetzt vielmehr mit deinen politischen Ansichten einverstanden als früher. Ich werde täglich mehr Preußenfreund. Leider sehe ich, wie recht du hast, alle schlechte, innerlich faule, scheinheilige, preußische zu nennen. Über Auerbach kam er auch in den Kreis der Junkige Jahre, der sich 1838, dem er sich also 1838, 39 etwa, annäherte. Wolfgang Esbach, dessen Arbeit ich manchmal zur Rate zog, ordnete Hess unter rheinischen Ableger der Gruppe ein. Diese ganze Gruppe veränderte sich ganz individualistisch in Abhängigkeit eines kollektiven Diskussionsprozesses. Hess war ja lange Zeit abhängig von seinem Vater und auch in seiner Zuckerfabrik tätig gewesen. Als er es ändern wollte, hatte Vater Hess einen Gründerkredit für ein eigenes Unternehmen versprochen, aber gebunden daran, dass er vorher heirate. Er wollte auf Brautschau gehen, aber konnte die Dynamik des Wohlstands in der Zeit leicht erfahren. Er fragte einige wegen einer Braut und schrieb Auerbach, was man ihm unter anderem geantwortet hatte, nämlich Lieber Hess, Sie sind an Nah, Ihr Vater gilt für einen Mann von 10.000 Gulden. Sie hält man für einen Literaten, der bald zu Ruf kommen werde. Machen Sie Ansprüche, die man bei solchen Verhältnissen machen kann, und Sie werden bald im Besitz einer schönen Frau und eines schönen Vermögens sein. So eine Zweckehe lehnte Hess, wie wir aus seinem Feminismus schon entnommen haben, aber ab. Es war ihm zuwider, nach den Geflogenheiten der Zeit, eine Frau zu besitzen, und seine Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft machte da auch einen Strich durch die Rechnung. Seine Aufenthalte in Frankreich ließen ihn auch das Zusammenspiel der französischen Regierung mit der schmutzigen Affäre in Damaskus und den Widerstand dagegen zur Kenntnis nehmen. Die schon erwähnte Alliance Israelite Universale war ja auch eine Schutzvereinigung gegen Antisemitismus, so dass es immerhin Solidarität mit den Juden in Damaskus gab. Und vor allem, dass die internationale öffentliche Meinung so etwas wie internationale Solidarität bewirken konnte. Der muslimische Judenhass und eine internationale Reaktion darauf ist also nicht erst eine Sache des Übergangs vom 20. zum 21. Jahrhundert. Die europäische Triarchie, also diese Schrift, erschien ja auch in der Zeit der Damaskus-Affäre. Die deutschnationale Anwandlung von Hess allerdings wurde nicht mit Dankbarkeit aufgenommen, dass da ja wohl auch keine, dass da wohl auch keine dagegen zu erkennen sind. Als er eine Vertonung des damals populären Gedichts, Sie sollen nicht haben, den freien deutschen Rhein, an dessen Autor Niklaus Becker schickte, der ihn unter dem Eindruck der Rheinkrise geschrieben hatte, war natürlich nicht so die gute Idee. Er hatte die Komposition einem Musiker aufschreiben lassen und das Lied sollte im Karnevalsverein gespielt werden und er hatte sogar die Hoffnung, mit dem Lied mehr Geld zu verdienen als mit seinem übrigen Werke. Aber Becker beantwortete den Brief mit eiskaltem Tone und schrieb obendrein noch auf die Rückseite, anschriftlich mit verstellter Schrift, du bist ein Jud. Das war ja auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts so, dass Juden sich den Deutschen andienen wollten. Dankbar waren die Deutschen allerdings nicht. Das neue Buch Desintegriert euch von Max Scholleck zieht da ja Konsequenzen draus. Das wurde hier ja auch schon im FSK teilweise irgendwas vorgestellt. Bei Karl Marx war es so, dass er dank deutscher Repression dann schließlich das Kapitalband einschreiben konnte, was nur im London Exil möglich war, dank der dortigen Bibliothek. Und er war ja immer der Meinung, die Deutschen müssten zu Menschen emanzipiert werden. Hess wurde von seinen Anwandlungen auch durch Becker und solchen Reaktionen kuriert. Das nächste Mal werden wir den Schritt zu Rom und Jerusalem weiter thematisieren und auch die Beziehung zu Marx und Lassalle ausführlicher besprechen. Meine Lektüre Empfehlungen dazu sind übrigens einmal Jan Gerber, Karl Marx in Paris, wurde hier auch schon mal besprochen, und Volker Weiß, also Moses Hess, rheinischer Jude, revolutionär, früher Zionist. Von dem verdanke ich auch so einige Ideen für das Thema. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.